Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Willkommen da, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Party auf meinem wunderbaren Kanal. Es gibt was Neues, ein Update ist am Start. Und zwar, it's Hammer Time. Der magische Hammer ist am Start, the Magic Hammer. Wir schauen mal kurz, Neues. Bekomme letztlich Juwelen für deinen Clan. Bitte, was? Lachen wir keinen Scheiß hier. ID, was ist hier? Los. Ich will Gems. Oh mein Gott, die Schätze sind am Start, Leute. Lasst uns Gems rausballern. Juwelentruhe. Juwelenhaufen. Juwelensack. Wo ist der Juwelenkokk? Juwelenkiste. Alles ist am Start. Der Beutel hier, geht mal her. Gems, immer mehr in meinen Arsch rein. Ja, ne, es gibt was Neues. Der fucking Magic Hammer ist am Start. Hab ich gerade gesehen, da gab's ein Video. Guck mal, ich bin voll. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen, ich wurde auch nicht angegriffen. Quatsch. Nix. Nix hier. Alles nicht passiert. Hier, klick drauf. Hier, mach weg. Hier. Ach, Quatsch. Hier, das war doch nicht da. Der Lars inaktiv kennen wir gar nicht. So. Wo ist der Magic Hammer denn? Ist es neu? Es ist neues Ereignis. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oh. Ist mir auch gefallen, die Verstecke wurden erneuert, ne? Von mir gesehen. Hahaha. Ganz cool. Hier. Ach, Clanskämpfe nur. Wo ist denn der Ereignis? Der ist weg. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wie ist er hier? Gibt's den? Ist er überhaupt schon? Gibt's den eigentlich schon? Oder? Also der Magic Hammer ist mega krass. Und irgendwie ist das Spiel zu laut? Kommt gerade so vor. Egal. Ähm. Wollte ich sagen. Ich wollte sagen. Ich schau mal kurz, ob das Spiel wirklich zu laut ist. Kleinen Moment. Ich werde das mal eben kurz hier abchecken. Nicht wundern. Nicht wundern, nicht wundern, nicht wundern. Guck mal hier. Hier. Eigentlich ist das alles verarschen im Hintergrund, oder? Seht ihr das? Das ist alles nur verarsche. Hier. Kurz hier drauf. Ist auf 10% Lautstärke. Warum ist das denn so laut? Keine Ahnung. Auch scheißegal. Ist halt lauter als sonst. Vielleicht kriege ich Ohrenkrebs oder so. Oder Aids. Keine Ahnung. So. Hier Bild wieder rein. Bumm. Seht ihr? Das ist alles verarschen im Hintergrund. Alles verarsche. Nein. Ähm. Und zwar gibt es etwas Neues hier bei magischen Gegenständen. Und zwar einen Hammer. The Magic Hammer. Das will ich noch nicht. Fuck my life. Es gibt schon ein Video. Auf jeden Fall doch hier oben. Das ist dann auch nicht. Das ist hier Buch des Bonds. Einen magischen Hammer. Und dieser magische Hammer, den kann man bekommen durch diese ganz normalen Gegenstände. Die kann man im Shop kaufen und irgendwie anders bekommen. Und was kann man damit machen? Ganz einfach. Damit. Äh. Ist das für schlecht. Ja, 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 ja. Damit. Damit kann man instant Sachen upgraden, ohne dafür Ressourcen auszugehen. Das bedeutet, so als Beispiel. Wir gehen mal kurz auf meine junge, kleine, knusprige Dame. Wo ist sie denn hier? Das ist der Barbaren. Das ist der Bob. Bob, der knackige Baumeister. Hier. Barbaren Madame. Äh, Barbaren Madame. Genau. Neue Champion. Barbaren Madame. Nein, hier die Bogenschützendame. Die Olle hier. Und die, welches Magic Hammer hätte, könnte ich einfach quasi draufdrücken, müsste nicht 180, ja. Null, ne? Muss ich immer abzählen. 1,8 Millionen wäre ein bisschen viel. Geht, glaube ich, gar nicht in so ein Lager rein, oder? Wie geht denn hier rein eigentlich? 200.000, ja, wäre ein bisschen viel. Ähm, 180.000 Dunkles müsste man da nicht farmen. Und mit dem Hammer würde ich einfach draufdrücken. Hier unten drauf. Hier so drauf. Steht hier unten bei der Leiste. Magic Hammer. Äh, äh, Helden. Bla, bla, bla. Klicke ich drauf. Müsste keine 180.000, äh, Dunkles bezahlen. Und müsste nicht sieben Tage warten. Und sie wäre instant auf Level 41. Was ich ganz cool finde. Das Ganze gibt es natürlich dann auch für, zum Beispiel sowas. Für, für, für alles, ne? Für alles kann man das benutzen. Und das ist echt cool. Das ist richtig cool. Äh, ich habe ja gerade nur das Video gesehen. Und, äh, die ganzen Infos dazu gelesen. Vom Video. Ich dachte, das wäre schon drin. Guck mal hier. Weihnachtsbaum. Oh, ist das, ist das, ist das schon der neue? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wie sehen ja die neuen Weihnachtsbaum mit 2018 aus? Ich will es wissen. Was wäre das denn hier? Ich bin halt schon so lange bei diesem Spiel dabei. Trotz 6666-jährigen, jährigen Jubiläum. Da ist ein Weihnachtsbaum. Muss ich mir da mal schlafen. Da ist noch ein anderer. An sich müsste ich ja vier oder fünf verschiedene schon haben. Weil ich ja schon so lange diese Spiel spiele. Und immer noch nicht Rathaus-Level 12 Maximum bin. Hätte ich mal keine Pause gemacht. Wäre alles bis oben hin gepusht. Meine Damen und Herren, ich wäre der krasseste von allen. Nein. Ich gehe mal angreifen. Erstmal, erst mal kämpfen, bevor wir jetzt hier weiter rum schnacken. Auf jeden Fall, der Magic Hammer ist bald am Start, meine Damen und Herren. Und wenn er da ist, werden wir ihn hart benutzen. Hart reindrücken. Vielleicht gibt es da ein paar Sonnenangebote, die ich mir in Hilfe von meinem Nichtfahren in YouTube meine ich mir dann kaufen werde. Und dann läuft das. Leute, guckt meine Werbung. Kauft mein Nichtfahren in Merch. Und unterstützt mich mit einem anderen Abo. Bei kann man ja so Twitch-mäßig so ein Abo da lassen für 4,99, glaube ich, im Monat. Und mich da noch unterstützen. Leute, müsst ihr alles machen. Müsst ihr alles komplett machen. Weißt ihr, wenn ihr, wenn ihr, keine Ahnung, euer Geld, was ihr überhaupt, müsst ihr definitiv mir geben. Welchen YouTuber sonst? Also, ich kann, ich kann es nicht gut heißen. Ich meine, die ganzen großen YouTuber, die kriegen ja alle Cash durch Klicks und so weiter. Ich habe ja keine Klicks. Also, müsst ihr mir so Geld spenden. Alles raus, alles. Ich hoffe, man versteht mal den Sarkasmus daraus. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht. Dann seid ihr falsch hier. Sarkasmus ist immer hier am Start. Wo ist denn jetzt jemand, der hier einfach inaktiv ist? Sind nicht Ferien irgendwo? Oh, dann spielen sie ja alle. Sind irgendwo keine Ferien? Dann spielen sie trotzdem. Scheiße. Sind hier, weiß ich nicht. Sind hier Leute, die dieses Spiel spielen und einen 40-Stunden-Job haben? In der Woche. So wie ich. Die sind immer inaktiv. Scheiße, Mann. So, komm, 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 komm. Komm, gib mir inaktiv. Gib mir inaktiv. Gib mir rein. Gib's mir. Besorgst mir. Ha, dreckig. Ja, auf jeden Fall ist dieser Magic Hammer ziemlich cool. Ich werde alle Informationen nochmal, äh, ne, versuchen reinzuposten in die Video-Beschreibung. Wenn ich's vergesse, hab ich's vergessen. Dann tut's mir very, very sorry. Und ich nimm gleich in jemanden. Ich hab keinen Bock weiter zu suchen, weil das geht mir grad auf den Sack. Das ist alles verarschig. Alles extreme verarschig. Ich muss ja noch in die Nacht-Base. Und ihr wisst ja, ich bin der beste Spieler ever in EU-Bes. Guck mal hier, Inferno Tau, wie geupgradet hier. Bringt mir nix. Er hat kein Loot. Ja, auch nix. Ja, nix. Der hat einfach nix. Der hat ein bisschen Wein auf der Tasche. Bringt mir aber auch nix hier. Das ist das nicht. Da brauch ich gar nicht reingehen. Hier, der hat Lager draußen. Vielfalt. Uah. Uah. Klingt so spannend, dass ich hier schon abgehende. Ja, ich war arbeitend. Sorry, Jungs. Oh, Medals. Boys and girls. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Orgasmus, Loot, Orgasmus. Naja, so krasser Loot, Orgasmus. Loot, Orgasmus, grad nicht am Start, weil... Ja, der fasst kein Loot. Die Luftabwehr steht halt scheiße. Die steht richtig scheiße. Anti, Anti-Queenwalk Luftabwehr. Gehen wir nicht auf, Nüsse. Hier, komm. Yo, Bombe. Bombe, gleich drauf. So, hier, komm, gib mir. Und die kommt ja das Spiel trotzdem lauter vor. Ich weiß gar nicht, wieso. Warum so viel Damage? Hör mal auf. Holy shit. Ich hab aus Reflex einfach mal ihn gezündet. Weil ich dachte, sie stirbt. Weil das wär hart gewesen. Hat der, eine Artillerie hat er. Und die Queen läuft halt wieder so scheiße. Vielleicht wie die Luftabwehr los schlagen. Und gleich losrotzen, ne? Ja, rotz gleich los. Ja, da rotz ist schon los. Ich muss Gas geben, deswegen muss ich kurz hier noch rein. Und ich fang jetzt schon an, von der anderen Seite hier rein zu pushen. Ich muss schwitzen, Leute. Ich muss hier rein schwitzen. Try hard. Ich muss versuchen, alles zu geben und alle 150 Pokémon zu sammeln. Sonst geh ich hier raus und werde freikappen. So, Art Atarie ist am Start. Nässe, hier rein. Wurz, Junge. Nien lebt noch. Ja, scheiß auf den Rächter. Scheiß auf den packenden Rächter. Der kann ruhig verrecken, der alle sagt. Die 50% müssen reingefreit werden. So, King hinterher. Queen ist drin. Gut gezündet. Läuft komisch. Luftabwehr ist weg. Erbringt mir nicht ganz so viel, weil... Oh, shit. Das sind nur 5% an. So, den rausgeballert. King rein. Alles rein. King, gönn dir. Gönn dir. 46. Komm, schnell zünden. Schnell zünden. Voller Atarie. Alles kommt. 47. 48. 49. Komm, bitte, bitte, bitte. Um Gottes Willen war das easy. Ohne Probleme. Gar kein Ding für den knusprigen, leckeren King. So gefällt mir das. Richtig geiler Schlagsahne oben auf dem Deckel. So muss das. Mit einer Kirsche. Mit einer goldenen, geilen Hammerkirsche. So. Jetzt Hammer-Time. Hier, schnelle Ausbildung. Rausgerotzt. Sehr, sehr schönes Ding. Ja, sonst? Anfragen. Geil. Ähm. Bewachen. Oh, ich schnauze. Willkommen hier. Wieder hoch. Ähm. Was wollte ich machen? Ich weiß gar nicht. Ich wollte irgendwie noch was machen. Hm. Kaserne kann ich upgraden. Könnte ich auch instant super fertig machen, wenn ich wollte. Habe ich so weit wie viel Mülle. Ist ja super fertig. Aber eigentlich würde es sich natürlich mehr lohnen. Ähm. Diese schnell oder diese super Ausbildung zu benutzen für sowas. Weil das sofort überspringen. Weil das Armeelage ist halt super wichtig. Braucht man. Ich muss noch ein bisschen mehr farm machen. Es ist Wochenende, Leute. Eieiei. 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 Holy shit. Äh. Wir gehen hier zurück. Nach Base. Starten hier einen geilen Boost. Einen Schub. Und zocken wieder los mit unserer geilen Kombination. Und haben gleich einen Gegner, den wir eiskalt vergenussferkeln. Guck mal. Eieiei. Der ist dran. Das ist er. Das ist er. Das ist das Ding, was ich haben wollte. Nein. Die Bombe. Shit. Egal. Das ist gut. Kaputt. Wir warten noch, bis die beiden Außengebäude geburt sind, bevor wir den Champion reinschicken. Also es gibt eine Läufte wie die Außengebäude ab, aber ich habe keinen Bock drauf. Wenn du die Außengebäude weiter abläufst, ist sie sich einfach so sehr Champion. So kommt hier rein. Danke schön. Du, der rechte da, der gönnt sich auf jeden Fall. Nein. Du bist so scheiße. Du bist so scheiße, du Champion. Wie du wieder... Wieso geht ihr jetzt da hin? Ist doch so das nächste Gebäude, was am nächsten dran ist. Da läuft er hin. Das war es doch gar nicht. Ich habe die Außengebäude extra alle weggemacht. Oh Gott. Jetzt ist es ein fucking Herz. Ich gehe da hoffentlich rein. Shit. So, die Riesen rasieren auf den Fakulinschirm hinzuziehen. Ama, Naku, Naku, Blit, Shit, alles. Der Sprung wird schon ausgelöst. Gefällt mir. Wohin, die Bombe. Aber er wird ja jetzt abgeknallt, ne? Von dem ganzen Scheiß da. Dafür sind die Riesen doch da. Wer da steht hinter den Riesenherklaufen, könnte ja alles kaputt... Oh ja, lauf weg, lauf weg, lauf weg. So, der Bogenschutzenturm macht nicht so viel, damit das passt. Gönn dir jetzt erstmal den Bogenschutzenturm... Ah, die machen den kaputt. Okay, jetzt noch in der Fahrt. Das wird ein schöner Dreier. Ein Dreier-BMB wird das. Mit ganz vielen Menschen drin. Leif. 87. Schön, 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 schön. 88. Eine sehr rassistische Zahl, aber sie sind wir gerade am Start. Wir sind kaputt, 94. Schön. Schön, stimmt. Sonst? 100. 100. Eure, seht ihr jetzt, ich kann's doch noch. Ich weiß noch, wie der Hase läuft uns da. Sie fährt uns weg ab. Er rollt. Direkt in den Ofen. Gibt's ein Kaninchen. Auf den Tisch. So, geil. Fuck! Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Es war so, wie ich war das Spiel. Schaffe ich. Hol das, schafft er auch 100. Aber wieder so ein Chinese ohne Seele. Die können das einfach. So, das ist scheiße hier. Schon wieder richtig scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Also, wenn ich den Scheiß wegbekomme, sieht's gut aus. Wie laufen die Riesen? Die Riesen laufen boom, boom, boom kaputt. Ah, scheiße, scheiße ist das. Richtig scheiße. Die Riesen werden richtig hart kassieren von dem Scheiß, aber ist mir egal. Ein, zwei, boom. Machen wir das so. Ja, bleib hier. Komm, Junge. Wir können die Luft dafür wegmachen. Wir könnten dann mit Luft angreifen und ein bisschen mehr mit Luft hier was machen. Dann können wir auch ein bisschen Luft kaputt reißen. Machen wir das so. Luft ist da dann weg. Direkt. So. Schön, schön, schön. So, Held sollte auch reingehen. Macht da. Wichtig ist halt jetzt schnell den kaputt zu machen. Nicht nochmal runter, nicht nochmal runter, nicht nochmal runter. Okay, das war scheiße. Nochmal runter. Oh, shit. Okay, wir haben eine Riesenwung gerade eben alle zerfetzt. Macht der Zweiluft ab, der alte Drecksack. So, jetzt kommen wir, werden hoffentlich 50 Prozent. Alter, dein Champion, wir kommen jetzt hart auf den Sack. Mach kaputt den Scheiß noch, Alter. Komm, schaffst du noch. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Noch einer. Dankeschön. Ohne Witz, der Held ist so stark. Der macht recht, der ist so stark. Das werden keine 50 Prozent. Das wird nicht mehr, oder? Er fliegt jetzt rüber, oder? Oh, Dankeschön. Dieses Spiel. Dankeschön, um Gottes Willen. Oh, Gott. Flieg nach rechts. Flieg nach rechts. Flieg nach rechts. Das ist ein Gebäude, was unverteilt ist. Flieg nach rechts. Flieg nach rechts. Oh, du Scheiße. Ich hasse dich. Du hast einen kleinen Penis. So. Ist vorbei. 52. Ist nicht viel. Lass mich raten. Ihr hat jetzt 53. 54. Shit. 79. Willst du mich verarschen? Nochmal angreifen. Weiter geht's hier, Jungs. Weiter. Mädels. Weiter. Ähm. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hm. Mehr Bogenschützen. Ich hab Bock auf mehr Bogenschützen. Muss ich ehrlich zugeben. Bock auf mehr Bogenschützen. Boah, diese Verfluchte Scheiße. Verfluchte Beschissene, diesen Wombos. Ohne Witz. Seht nicht gut aus. Das wird nicht mal ein One Star. Das kann ich jetzt schon sagen. Nicht mal ein One Star. Shit. Rah. Aber er ist schon fertig. Komm, noch ein, noch ein, noch ein. Jawohl. 49. Ähm. Ja. Er war schnell fertig. Ich denke, er hat mich. Er hat 65. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Holy shit. Weiter. Hm. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. In letzter Zeit, da läuft's nicht bei mir. Da läuft's hier nicht. Das läuft nicht. Frag mich nicht, wieso. Ähm. Ja. Dann war den hier wieder. Ja, da oben den Scheiß rein. Ja. Außengebäude wegmachen, bitte. Ganz geht. Komm, wir setzen da oben. Er muss doch reinlaufen. Geht er nicht. Diese Farbkübs in Außengebäude. Jetzt gehst du rein. Dankeschön. Jetzt geht er rein. Würden zu spät, aber egal. Besser als gar nicht. Er geht wieder nicht rein. Ohne Wild. Jetzt läuft er direkt da rein, oder was? In Richtung, Richtung. Ja, jetzt. Diese Bombe nochmal ausgelöst hier. Komm. Da Reuss war ich sogar. Da habe ich einen Frosch im Hals. Das war den Scheiß, alle hier rein. Von der Seite. Das passt. Das ist jetzt ein schöner Anspruch, oder? Kannst erzählen, was du willst. Das ist ein schöner Anspruch. Oh, Luftbombe hier. Luftbombe auch noch. Kriegst du noch das Ding hier? Die Tester-Spule? Lass mich rein. Ein Hit fehlt. Nein, danke schön. Ah, er macht da kaputt. Kraft da nicht, oder? Boom, Junge. Weggeschlebt. Schade. Schönes Ding. Schöner Versuch. 81% zwei Sterne. Ist okay. Reicht sogar mal am Ende. Das gibt es doch gar nicht. Drei Bonussiege verdienen. Kann ich immer noch. Ach, Duelle hier. Alles klar. Ja, muss ich warten natürlich, ne? Also ein bisschen habe ich jetzt geschafft. Zwei Siege von zwölf. Ich bin ein guter Spieler. Und. Ich werde sehr verstehen, dass ich den Kollegen hier wieder upgraden. Warum? Ob das mit dem Hammer dann auch geht? Ne, der ist nicht für diese Base, ne? Diese ganzen Hammer und so weiter. Ich muss hier einiges machen. Sehe ich schon. Vielleicht bei jedem Part. Aber läuft bei mir. Ähm. Ja, sonst. Ja. Ist gut. Haben wieder einiges gemacht. Gefällt mir. Das war die Information zu dem sehr coolen Hammer. Beziehungsweise zu Hammer Time und Magic Hammer. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Like, dann lasst einen Haufen super nach der Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und. Tschüssi.